Liebe Schwestern und Brüder, Jesus verurteilt nicht. Er lädt zur Umkehr ein. Gott straft niemand. Er stellt neue Aufgaben. Das ist die Botschaft, die wir gerade im Evangelium gehört haben. Am Ende des Evangeliums heißt es nicht, hat dich keiner verurteilt? Na ja, dann war es ja nicht so schlimm. Dann leb mal so weiter, wie du bisher gelebt hast. Sondern Jesus sagt, hat dich keiner verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige von heute an nicht mehr. Sünde ist nämlich wirklich schlimm. Um das deutlich zu machen, schreibt Jesus in den Staub. Genauer gesagt, er erinnert mit dieser Zeichenhandlung an einen Propheten. An das Prophetenwort des Jeremia, der einmal gesagt hat, wenn du dich von Gott abwendest, dann ist das, als wärst du in den Staub geschrieben. In den Staub schreiben, das machen Kinder schon mal. Sie malen mit dem Finger irgendwas in den Staub. Dann kommt ein bisschen Wind, alles ist weggeweht, man sieht nichts mehr. Ein kleiner Windhauch und du bist weg, wenn du dich nicht an Gott festhältst. Deutlicher kann Jesus nicht zur Umkehr einladen. Durch diese Zeichenhandlung und den Hinweis auf das Prophetenwort zeigt er, wenn du bei deinem falschen Verhalten bleibst, wenn du weiter von Gott getrennt bleibst, dann gibt es dich nicht mehr lange. Dabei ist es ganz egal, ob die Sünde darin besteht, eine Beziehung durch Ehebruch zerstört zu haben oder einen Menschen im Herzen getötet zu haben durch das Urteilen. Jesus stoppt das Urteil, weil er selber nicht verurteilt. Er wirft keinen Stein, er straft nicht, er lädt zur Veränderung ein, weil er weiß, dass Sünde tötet und dass wir ohne Umkehr nicht lebendig bleiben. Die gute Nachricht des Evangeliums heute ist, dass Gott barmherzig ist. Barmherzigkeit ist aber keine Verharmlosung von Schuld, keine Blindheit gegenüber der Gefährlichkeit von Sünde. Barmherzigkeit ist Liebe und Vergebung. Beides zielt auf die Umkehr, auf den Neuanfang, auf die Abwendung von dem Bösen, auf die neue Zuwendung zu Gott und zu dem Guten. Das Evangelium heute zeigt aber auch noch etwas Zweites. Wer andere urteilt, bleibt nicht in Jesu Nähe. Die Pharisäer und die Ältesten, die die Frau geurteilt haben im Herzen und die sie mit Steinen urteilen wollten, gehen alle weg von Jesus. Wer urteilt, kann nicht in der Nähe Jesu bleiben. Kehren wir also um.